Hallo, heute zeige ich euch, wie man im Schneidersitz sitzen tut. Also, zunächst sitzen wir uns hier. Dann nehmen wir hier rein. Wir stecken hier so etwas drin. Schieben wir auch da runter. Aber ich würde nicht da, ich fange. Mach aus. Lassen Sie? Ich würde es dir helfen. Prennen Sie in der Zukunft? Warten Sie in der Zukunft? Ja, nein, nein, nein. Das war's. Das waren die zwei Varianten im Schneidersitz zu sitzen. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal.